Yo, Peace, Freunde! Was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute wieder auf einer neuen Folge im VoiceShit RP unterwegs, Leute. Wir gehen direkt rein. Ist das hier low? Ne, das ist ja auch nicht. Wir gehen mal gucken, wie ihr live... Ich hab ruhig gebannt, glaub ich, ne? Aber eigentlich hat er mich entbannt, sagt er. Und lacht, Toast. Ey, was soll das denn? Während ich die Server suche, tut mir noch einen kleinen Gefallen, abonniert den Kanal, lasst noch einen Like da und schreibt mir einen Kommentar, was ihr unbedingt mal sehen wollt, was ich im VoiceShit machen soll. Wir werden heute wieder ein bisschen schrollen. Ich lasse heute mal ein bisschen auf mich zukommen. Kann sein, dass wir mal Jobs ein bisschen hin und her switchen. Je nachdem, wie es die Situation gerade ergibt, Leute. Aber wir gehen mal ein bisschen auf. Ein bisschen mehr Rollplay. Viel Spaß beim Video. Ciao, ciao! Leute, da ist Lachtoast. German BoyShit RP ist sehr gut. Oh, die Person drinne. Nice! Wir sind on board. Polizei ist wahrscheinlich voll. Da müsste ich jetzt einfach noch campen. Wir fahren woanders hin. Wir fahren erstmal woanders hin. Erstmal fahren wir, glaube ich, noch zu Tankständen wieder. Guten Tag, wenn ihr macht Geld mit. So, tanken wir einmal das Motorrad auf. Aufgetankt wird das. Eieieieiei. Der leckt aber jemand. Mhm. Wie es der da ist, ey, bin ich schon überall an der Berge. Wir gucken mal beim Juvenier bei. Okay, dann ist ja was voll. Ich muss irgendwo Party abgehen bei 42 Leuten. Ja, da wäre ich hier gerade vorbei. Hier haben wir eine Bombe hingelegt. Ja, nice. Nehme ich hier mit. Ich muss keinen Alarm auslösen. Ich muss nix hauen. Das ist doch geschenkt. Leute, frage ich mich, wie das passt. Oh mein Gott. Wie das passiert ist, aber... Es ist passiert, aber eigentlich... Oh Gott, müsste doch ein bisschen leichter umzudingsen sein, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, ähm. Ja, Leute, wir müssen uns, ähm... einen Roller mieten. Das ist die einzige Lösung, die ich gerade habe. Hier wird es ja wohl irgendwo einen Roller geben. Die waren ja eigentlich recht gut verteilt. Aber Hamburg hat nicht mehr so viele Läden wie viele, äh... Lkw-Stoffe, die hier hingestellt haben. Was beliefern wir denn alles hier? Da ist ein Roller. Sehr gut. Ich habe einfach den Schienen gefolgt. So. Den Test war doch mal das gute Stück. Ach ja, die haben wir den... Dice auch noch runter gemacht. Völlig okay. 50. So, wir fahren mal jetzt zu dem da hinten. Er ist auch super langsam, ey. Boah. Da vorne steht auch Markus. Wir warten jeden Tag auf Markus. Moin Markus. Ey, danke. Mehr wollte ich gar... Oh, jetzt muss ich wieder wenden. So. Mehr wollte ich gar nicht. Auf geht's zum Autohaus. Und dann kriege ich meinen Motorrad wieder. Da vorne ist es auch schon. Ich muss über die Straße hier. Guten Tag. Dass wir hier noch keine Leute getroffen haben. Aber hier muss leider sein. Oh. Arbeitslos. Ich kann den BMW, der ist 200 und der ist 220 schnell. Sehr schön. Hallo, hast du ein Voice-Chat? Hast du ein Voice-Chat? Nö. Hallo? Keine Zeit. Oho, bitte. Warte, warte kurz. Bitte. Jetzt hört man mich nicht. Jetzt hört man mich. Hallo? Hallo? Loco? Hallo? Hallo? Bin ich im Video? Wir flüchten. Da baut die Polizei gerade was auf. Wir müssen... Wir haben heute keine Zeit für Geilvernahme. Deswegen bin ich da mal geflüchtet jetzt. Wir sind selber irgendwie in der Not, dass ich mir, glaube ich, meine Pistole hole. Dann schnell wieder Blitz. Anyway... schnell wieder Blitz. Schnell wieder Blitz. Was ist denn hier los? Der Orange, ne? Okay. Ajo, ist dein Auto gerade lang geflogen? Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Greifen wir mit an. Bleiben Sie von dem Auto weg! Bleiben Sie von dem Auto weg! Bleiben Sie von dem Auto weg! Wir flüchten, wir flüchten! Ja, ich auch mit ihm. Komm, schnell! Flüchte, steig! Steig! Okay, tschüss! Ich musste flüchten, Leute. Oh mein Gott. Er ist nicht aufgestiegen. Er ist nicht aufgestiegen. Hallo? Na gut. Leute, ich liebe dieses Motorrad. Ehrlich, das macht so Spaß, Motorrad umzufahren. Das war wirklich längst überfälliges Update. Oh, da war auch so ein Busfahrer. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Ja, egal. Okay, Leute. Wo ist der? Feuerwehr. Von dem Farmship mal ausräumen. Wie sind denn die ganzen Leute hier auf dem Server? Wenn wir so weg, Leute, hinter mir ist ein blauer SEK. Ah, nee, der ist abgebogen. Okay, wir auch mit ihm. Okay, okay. Jo! Das war auf der falschen Straßenseite. Das ist lebensgefährlich! 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 Langweiliger. Lebensgefährlich! Loco! 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 Ja! Sind du eine Echte? Nein! Sind du eine Echte? Nein! Nein! Bist du! Nein, bin ich nicht! Du bist eine Echte, du fragst dich! Warum fragst du dann? Ich bin nicht! Green Eis, kein Kopf. Ey, ich muss aufpassen. Ey, hat er gerade seine Stacheln rausgeholt? Oh mein Gott, der wird so... Leute! Ey! Hörst du mich? Hallo! Hey, hörst du mich? Es geht ab! Bist du auch Roller? Bist du wirklich... Nee, das kennen wir unter. Was machst du? Lass zusammen ein Motorradgang gründen! Ja! Bist du der Echte? Ja! Lass zusammen ein Motorradgang gründen! Warte, ich komm bei dir drauf! Nein, du hast auch ein Motorrad! Das ist gut! Lass zusammen rumkusen! Okay, okay! Dann können wir immer beide flüchten! Wenn eins gekoppt ist, dann kann der andere da aufsteigen, weißt du? Jetzt brauchen wir noch eine Geisel! Was ist mit der Person da? Hallo! Guten Tag! Au! Tut dir leid! Nein! Mein Bein! Ah! Mein Bein! Ah! Ich bin Notarzt! Ich bin Notarzt! Ich helfe dir! Weiß nicht! Sollen wir die als Geisel nehmen? Guten Tag! Was ist denn ihr plant für heute? Ah! Die haut grad ab! Lass zum Dealer kurz kommen! Ah! Nevermind! Kein Boyshit! Oh! Was? Nee, nee! Ich voll fliegt dem! Es ist egal! Lass zum Dealer kurz! Okay! Sooo! Glockboy ist eigentlich nicht geschlagen! Könnte ich mir nochmal i quippen! Okay! Ich wollte schon wieder einen Waren bekommen von Boyshit! Oh! So! Wir gucken mal! Was dich verhört! Soll wir erstmal direkt wirklich einen Waren bekommen! Für was denn? Ich hab nichts gesagt! Mann! Okay! Polizei! Hallo! Guten Tag! Hallo! Wir brauchen denn die, äh, nen, nen... Da hinten sind Schüsse! Moin! Moin! Kann man sich... Seid ihr gangen? Ja, sind wir! Auf wen schießen wir? Ich schieß mit! Auf den Kopf! Auf gar keinen! Wir schießen gerade auf den Kopf! Da kommt ein Kopf! Da kommt ein Kopf! Da sind die Schwarzen! Nein! Da sind die Schwarzen! Was kommt der denn her? Was ist das denn? Hier hat sich nen Kopf her geschmuggelt! Das ist doch mal entspannt! Die schießen auf uns aber, glaube ich! Vollgol! Hallo! Hallo! Was ist denn jetzt hier? Ich muss... Ich hau hier ab hier, ne? Also... Ja! Das ist mir ein bisschen zu risky gewesen hier! Ich hab voll Lowlife! Mein Auto hat Lowlife! Mein Auto hat Lowlife! Unser Auto zur Reparatur bringt schnell, Leute! Oh mein Gott! Das war knapp! Aber Auto ist repariert! Und wir gehen mal gucken! Mein Auto ist kaputt! Mallor 혹시? Ja! Das war einfach! Alles klar! Das war ja! Ja! Masch! Ja! Ja! Sind die eine Gang, wo wir sind? Ja, wir fahren. Nein, nein, nein. Hey, sieh da. Hallo, 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 hallo. Ein SEK-Verabendung. Ah, nicht. Polizisten. Wir fahren zu Anwes, würde ich sagen. Sagen wir, wir fahren zu Anwes. Wir fahren zu Anwes. Leute, ich wollte hier aufs Dach. Ich habe die Leiter irgendwie in der unsichtbaren Mauer platziert, sodass ich weder ranklettern kann, noch dass ich sie aufnehmen kann. Jetzt muss ich warten, dass sie wieder frei ist. Gott damn. Leute, heute ist hier aber wirklich an Gruppierungen nicht so viel los. Auch hier nix. Hier auch nicht. Ich fahre jetzt noch mal hier oben lang. Für den Anwesen. Oh, ja. Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, Sie müssen hier bitte mal wegfahren. Wir sperren hier gerade die Straße gleich. Ach so. Darf ich wissen, was hier los ist? Nein, darf ich nicht. Okay, dann muss ich nicht fahre ich. Okay. Darf ich von woanders aus zugucken? Darf ich von woanders aus zugucken? Nein. Auch nicht. Das Gebiet ist jetzt hier gesperrt. Okay. Verstehe. Moin. Moin. Ich wollte nur fragen, was hier abgeht. Aber ich sehe gerade, ihr seid im Privatgespräch. Ich gehe mal woanders hin. Nein. Ja. Okay, Leute. Ist irgendwie was im Gange? So, ob die was planen, oder? Ich glaube, wir sind zum falschen Anwesen gelaufen. Ich dachte, eventuell, die erst gehört denen da hinten. Aber, nee. Sind zwei Notärzte. Und da hinten ist jetzt gerade der Edmund, glaube ich, noch gewesen. Fever geht hier alles ab. Aber kommt da jetzt auch quasi gar nicht mehr rein. Das ist ja doof. Gern mitmachen, oha. Da laufen jetzt alle hin. Oh, ah. Nee, hier ist das Anwesen. Gut Tag. Und wer sind Sie? Guten Tag. Ich bin Reporter und wollte fragen, ob ich Sie heute einmal begleiten dürfte. Äh. Liga, Jungs, wir können das Ganze bei dir stürmen. Oh, allo, ich bin hier. Okay, Henry, wir müssen noch mal 1-1 gegeneinander machen. Bitte? Hast du Waffen, Henry, ne? Nee, gerade noch nicht. Hast du genug Geld für Waffen? Äh, wenn man, äh, warte kurz, 178 gut meint, ja. Ja, okay, kannst du, kannst du dir einfach eine G36 holen und dann können wir 1 gegen 1 machen und dann, wenn du gegen mich gewinnst oder wenn es knapp ist, dann kannst du werden. Ist das so, okay, Stormy? Ja. So läuft das also bei einem Gang. Also, ist das quasi gerade der Eintritt in die Gang? Ist das so der, ist das so das Ritual dadurch? Na ja, also, das Ding ist halt, wenn er keinen Discord, also... Ey, wen gehört hier der Gold? Ey, warte, eine Frage, hast du Discord? Also, glaube, äh, den VW? Ja. Fanny? Henry, ich bin hier fertig, kurz zum Diener, warte. Komm mit? Ah, Joghurt. Äh, 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 Audi, wo ist Audi? Audi, ich muss mich mit dem Chef unterhalten. Ja, ich muss mich auf sein, sorry. Ja, okay, dann. Was müsst ihr euch bitte? Äh, ich habe... Leute, das ist ja richtiges Kino hier. Also, guck, vielleicht kriege ich hier noch ein, zwei interessante Shots zu sehen. Von dem 1 zu 1 zumindest. Findet das 1 zu 1 hier statt? Ja, ich glaube schon. Ja, okay, perfekt. Okay, Leute, das 1 zu 1 findet hier statt, das heißt, wir können uns daran dann auch beteiligen. Also, nicht beteiligen, sondern wir gucken mal zu. Park einfach mal. Mein Motorrad hier. Ja. Willst du mitbeidrehen? Nee, nee, ich bin nur Reporter. Ich will... Guck einen Tag, wie es euch geht. Was so abgeht bei euch. Ja, Audi. Fahr hier raus. Ja, ich sag schon, ich bin einen Tag Reporter. Ja, wir fahren hier raus. Ja, egal. Bitte? Ist mir kackegeil, fahr hier raus. Ist ja langweilig. Gott. Ist ja langweilig. Ach, Quatsch. Nee, dafür nicht. Es gibt hier überall Content. Wenn ihr den Content nicht liefert, gibt es woanders welchen. Ciao, ciao. Ja, Leute. Gut, da gab es wohl nichts mehr zum angucken. Schade drum. Für die. War doch ein bisschen für mich. Aber dann ist es so. Also. Hier sind es zu sehr in ihren Gang. Mach extra Reporter, Alter. Den den einen Tag begleitet. Das ist doch genau das, was sie wollen quasi. Na gut. Oh, Verfolgungsjagd. 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 Okay, jetzt geht es weiter. Okay, drei, viermal im Kreis gedreht. Verfolgen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, er wird. Er ist weitergefahren. Okay, okay, okay. Reporter Loco. Auf dem Voice-Shit-Server. Ah. Der Herr in Fluchtwagen. Ah. Gerammt. Repotage. So, wieder im Kreis. Der Herr im Fluchtwagen. Oh, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Ei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh. Ei, was geht hier? Der Herr im Fluchtwagen. Hallo. Der Herr im Fluchtwagen. Oh. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Da habe ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Warte, lass mich einsteigen. Okay, fahr weiter, schnell. Ja, Mann. Okay. Ich bin Reporter in Krisensituationen. Wie fühlt es sich an, vor der Polizei zu flüchten? Beschreiben Sie das mal in drei Worten. Geil. Geil. Okay, noch ein Wort? Yes. Okay. Was haben Sie denn getan, dass Sie von der Polizei flüchten müssen? Äh, ich. Driften. Driften. Oh, ja, die sind hier ganz böse drauf. Aber ich glaube, du hast den sogar abgehangen. Erstmal Ding halten. Wie teuer war die Reparatur gerade? Äh, 1000. 1000 nur für das Auto, oder ist cool. Warte, ich muss etwas ganz kurz machen. Na, hör mal zu. Yeah. Okay. Wie bitte? Steh dich gerade ganz schlecht, irgendwie. Es gibt einen guten Platz für das Driften. Ah, okay. Es gibt einen guten Platz fürs Driften. Ja, dann lassen wir da hinfahren. Ah, du bist der, der die ganzen Kreise rund um Kreise dreht, ne? Ja. Ja, ja, ja. Habt ihr schon gesehen? Dann drifte mal eine Runde mit mir. Ja. Zum Abschied des Videos. Und während, wie ist dein Name? Dein Nickname? Dann, während ERP hier die ganze Zeit die Drifts hier im Kreise zieht, checkt die Beschreibung aus. Da findet ihr alle sämtlichen Links. Vor allem zu meinem Discord. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den nächsten zwei Videos. Ciao, ciao.